Finde in diesem Video heraus, welche Tischkreissäge die beste ist und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du in der Videobeschreibung. Die Bosch Professional GTS 635-216 Bosch hat mit der Professional Serie Werkzeuge entwickelt, die speziell für den Profi-Einsatz konzipiert sind. Ein gutes Beispiel ist die Tischkreissäge GTS, die durch ihre Kompaktheit und Leistungsfähigkeit überzeugt. Ausgestattet mit einem 1600 Watt Motor erreicht die Säge beeindruckende 5500 Umdrehungen pro Minute. Mit kompakten Maßen und einem Gewicht von nur 22 kg ist sie besonders handlich und transportfreundlich, wobei ergonomische Griffe den Transport zusätzlich erleichtern. Dieses Modell bietet eine hohe Präzision, unterstützt durch einen integrierten Schiebeschlitten sowie eine erweiterbare Tischfläche. Diese Eigenschaften ermöglichen eine Schnitthöhe von 70 mm und eine Schnittbreite von 635 mm, was sie ideal für verschiedene Schnittarten und Materialien wie Platten, Holz, Holzverbundstoffe und Laminat macht. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie Spindelarretierung, Sanftstart, Wiederanlaufschutz und ein Sicherheitsschalter erhöhen den Schutz des Anwenders. Auch Gehrungsschnitte gelingen problemlos, dank des einstellbaren Neigungswinkels von bis zu 45 Grad. Mit diesen umfassenden Eigenschaften ist die Bosch GTS eine leistungsstarke und vielseitige Wahl für den professionellen Einsatz. Dieses Modell beeindruckt mit einem kraftvollen 2000 Watt Motor, der ideal zum Schneiden von Hölzern und Brettern ist. Der Motor erreicht eine Leerlaufdrehzahl von bis zu 5000 Umdrehungen pro Minute, was für schnelle und effiziente Schnitte sorgt. Mit einem 25 cm großen Sägeblatt können Werkstücke bis zu einer Höhe von 85 mm mühelos bearbeitet werden. Der Sägeblattschutz und der mitgelieferte Schiebestock tragen wesentlich zur Sicherheit bei, indem sie einen sicheren Abstand zwischen den Fingern und dem Kreissägeblatt gewährleisten. Ein besonderes Highlight ist das mitgelieferte Untergestell, das Arbeiten im Stehen ermöglicht und so für mehr Komfort, Effizienz und Sicherheit sorgt. Der Arbeitstisch lässt sich auf eine beeindruckende Ablagefläche von 64,2 x 94 cm erweitern. Trotz ihres robusten Designs wiegt die Tischkreissäge nur etwa 20 kg und ist damit relativ leicht zu handhaben. Die Säge bietet zudem vielseitige Schnittmöglichkeiten, einschließlich Gehrungs- und Neigungswinkeln. Bei einem maximalen Winkel von 45 Grad erhöht sich die Schnitthöhe um 20 mm. Die Höhe des Schnitts kann über ein großes Handrad individuell angepasst werden. Ein Schaubsaugeranschluss sorgt für Sauberkeit am Arbeitsblatt und ein Hartmetallsägeblatt ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Die Einhell TC-TS 2025-2U Die Einhell Tischkreissäge überzeugt mit einem kraftvollen 2000 Watt Motor und einer maximalen Schnitthöhe von 85 mm. Mit einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 5000 Umdrehungen pro Minute und einer 2 in 1 Höhen- und Neigungsverstellung des Sägeblatts von 0 bis 45 Grad bietet sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die eluxierte Tischoberfläche sorgt für besonders geschmeidige Gleiteigenschaften der Werkstücke und die pulverbeschichtete Tischverbreiterung macht die Säge ideal für größere Zuschnitte. Ein Parallelanschlag sorgt für präzise, gerade Schnitte, während der Winkelanschlag Gehrungsschnitte von minus 60 bis 60 Grad ermöglicht. Der Arbeitstisch misst 56,3 x 58,3 cm und ist breiter als der des Vorgängermodells. Mit einem Gewicht von 18,8 kg ist die Säge etwas schwerer, bietet aber auch eine Vorrichtung zum Aufwickeln des Stromkabels für mehr Ordnung. Die Säge benötigt einen 220 bis 240 Volt Anschluss. Im Lieferumfang sind ein stabiles Untergestell, ein 25 cm Hartmetallsägeblatt und ein Schiebestock für zusätzliche Sicherheit enthalten. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten, eine Kaufentscheidung zu treffen. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt.